Mein Name ist Thomas Hesse, ich bin 51 Jahre alt. Ich bin seit 1999 Kraftfahrer bei der Firma Meier Logistik und bin dann 2004 als Disponent übergegangen. Also mein Jobprofil ist Disponent, plant die Touren und plant die Leute, dass die Ware pünktlich im Markt ist. Also wir transportieren bei Meier Logistik Lebensmittel, das heißt Frischware, gekühlte Ware, ungekühlte Ware. Alles was Sie im Supermarkt sehen, das liefern wir dort an. Ich bin noch Eventfahrer und da fahre ich einmal im Jahr zu einem Event, wo wir dann wirklich 180.000 Liter Bier anliefern, Geflügelrollen, Pizza, alles was auf so einem Event oder im Supermarkt zu kaufen ist, liefern wir an. Bei Meier Logistik ist das so, man redet miteinander und da ist das Gefühl, wie eine große Familie ist das bei uns. Also meine Motivation ist, sag ich mal, wenn ich abends einkaufen gehe, dass ich in den Regalen sehe, hier ist die Milch angekommen, hier sind die Regale voll, dass ich ein Teil der Logistik bin, der das mit organisiert hat.